Hallo liebe Filmfreunde, hier ist Arthur Jung aus der Cinema-Redaktion. Zwei Dinge, die ich Ihnen heute... Hallo liebe Filmfreunde, hier ist Arthur Jung aus der Cinema-Redaktion. Zwei Dinge, die ich Ihnen heute ans Herz legen möchte. Das neue Heft. Es ist da und es ist genial geworden. Ich will mich nicht selbst loben, aber es ist toll. 50 Jahre Star Trek, die ganze Geschichte seit Beginn in den 60er Jahren mit William Shatner und Leonard Nimoy, bis heute zum aktuellen Film mit Chris Pine als Captain Kirk, Star Trek Beyond. Hier ist alles drin, was Sie über diese Kultserie im Fernsehen und Kino wissen müssen. Dazu haben wir noch ein bisschen was über den neuen Tarzan-Film, der ist auch mal wieder neu aufgelegt worden. Jason Bourne gibt es einen neuen mit Matt Damon diesmal. Und es ist ein tolles Programm. Gucken Sie rein. Super Filme. Es ist bestimmt auch was für Sie dabei. Eine zweite Geschichte, die mir am Herzen liegt, ist die Cinema-Leser-Reise. Wie jedes Jahr fahre ich auch dieses Jahr mit Filmfans und Cinema-Lesern nach Hollywood. Ich zeige Ihnen das Hollywood, wie ich seit 30 Jahren kenne. Ich habe da fast schon ein Büro mit meinem Korrespondenten Scott Orlean zusammen. Wir sind dort häufig unterwegs, besuchen die Studios und ich will euch mitnehmen. Kommt mit mir, blickt den Filmemachern über die Schulter, geht dorthin mit mir, wo die Stars waren und sind. Und ich zeige euch, wie Hollywood funktioniert. Wir gehen in die großen Studios, zu Paramount, zu Universal, zu Warner. Wir gehen in Stolveneater. Ich zeige euch die Schauplätze berühmter Filme. Liesel, Weapon, Die Hard, Batman, wie sie alle heißen. Wir fahren dorthin und gucken uns das an. Die berühmte Shoot-Ausszene aus Heat. Ich weiß, wo sie ist und wir gucken uns die Straße an und vergleichen das mal, wie das heute mit damals aussieht. Wenn ihr schon ein bisschen einen kleinen Vorgeschmack auf die Reise haben wollt, im aktuellen Heft, erkläre ich so ein bisschen mein Hollywood. Die Hotspots, die ich kenne, die ich gut finde und was wir alles machen werden, hier drin steht es. Es ist nicht ganz billig, aber 10 Tage Hollywood für 3000 Euro, das ist wert. Wir kriegen viel zu sehen, wir werden viel zusammen erleben, wir werden großen Spaß haben. Guckt nach bei blog.cinema.de. Dort sind die Urteile der bisherigen Mitfahrer und das alles unbeschönt. Ich garantiere euch, ihr kriegt Lust, mit mir dahin zu fahren. Das war es von meiner Seite. Vielen Dank, viel Grüße, viel Spaß im Kino. Habt ein schönes Leben. Arthur Jung aus der Cinema-Redaktion. Bye, bye. Bye.